Die hiffige Euro in der Getränketheke bedeutet alles 2 Euro. Also, heute haben wir es richtig raus. So, zum Schluss und dem Grand Final quasi, möchte ich das jetzt nochmal durchdrehen, abgehen, damit der Blutdruck nochmal zirkuliert und nach oben schnellt. Weil jetzt haben wir eine ganz kranke Nummer. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich eingelassen habe, aber ich freue mich sehr drauf. Egal wie, es wird, glaube ich, schön und viel Spaß mit den Hellraisers and Beer Drinkers! – Okay, okay. – Okay. – Okay, ich Shiit Iya. – Das ist ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.